Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra, eure Ernährungs-Tante aus Lüneburg. Ich freue mich über die Podcast-Folge Nummer 13 zum Thema Eiweißshake, selbstgemachte Eiweißshakes, euch ein bisschen was zu erzählen. Für alle die, die mich noch nicht kennen, ich bin Diätassistentin, habe mal die Ausbildung zur Köchin gelernt und stecke mit eigener Praxis und Kassenzulassung in Lüneburg und bin mit dem ganz banalen Thema Ernährungsberatung unterwegs, was mir aber sehr viel Spaß macht. Von daher freue ich mich euch jetzt zu dem Thema Eiweißshakes, vielleicht ein paar Infos zu liefern, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder vielleicht, wo euch noch eine neue Idee von mir eventuell gefällt. Also, Thema Eiweißshakes. Ganz häufig ist es so, wenn es um das Thema Gewichtsabnahme geht, zum Beispiel oder, was ja auch wenig besprochen wird, ist das Thema Gewichtszunahme, ist es immer wichtig für die Muskulatur, dass die Eiweiß bekommt, um einfach Muskelzellen aufzubauen, um dadurch natürlich auch das Gewicht zu verändern. Das heißt, die Fettverbrennung durch die Muskelzellen anzuregen und mehr Gewicht zu verlieren. Oder wer Gewicht aufbauen will, muss für den Zellaufbau Eiweiß essen. Also für beide Bereiche ist es notwendig. Wichtig ist natürlich auch Eiweiß immer zur Gewichtsstabilisierung im Zusammenhang von bestimmten Erkrankungen, wenn dort zum Beispiel mehr Energie verbraucht wird. Was kann man jetzt nutzen? Also eine relativ einfache Methode ist, dass man Eiweißshakes, also es gibt sogenannte Eiweißpulver zu kaufen, dass man die zusätzlich verwenden kann, wer es mag. Wenn ihr auf solche Produkte zurückgehen möchtet, wäre es immer sinnvoll, dass das Eiweißpulver, wenn ihr es kauft, immer auf 100 Gramm mindestens 80 bis 100 Prozent Eiweiß enthält. Also das sogenannte Proteinpulver oder Eiweißpulver soll sozusagen einen hohen Anteil haben. Leider gibt es sehr viele Eiweißpulver, die weitaus niedriger sind. Also im 70er, 60er Bereich hatte auch mal eine Patientin, die für ganz wenig Geld, ich glaube 2, 3 Euro mal Eiweißpulver gekauft hat, weil es im Angebot war. Sie war ganz stolz, weil sie das dann verwenden wollte und ausprobieren wollte. Ja, und dann haben wir aber raufgeguckt, in der Nährwertangabe stand dann plötzlich nur 30 Prozent. Das heißt, dass da ein Produkt, wenn wir von 100 Prozent ausgehen, dann nur 30 Prozent Eiweiß hat. Und die anderen 70 Prozent sind meistens Faserstoffe, Ballaststoffe oder Trägerstoffe. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir eine hohe Eiweißlast haben wollen. Das heißt, wenn Eiweißpulver verwendet wird, schaut immer, dass ihr 80 bis 100 Prozent Eiweiß auf 100 Gramm habt. Das heißt, wenn man die Messlöffel dann nachher nutzt oder einen Esslöffel voll, dann sind wir ja bei 8 bis 10 Gramm Eiweiß für den Löffel. Und wenn ich nur 30 Prozent Eiweiß habe, habe ich natürlich auch nur 3 Gramm. Wenn ich das Gewicht verändern will, ist es immer sinnvoll, wer Eiweißpulver verwenden möchte, sollte in der Regel 30 Gramm Eiweißpulver, also in diesem Falle bei 100 Prozent, 30 Gramm Eiweiß zusätzlich zu sich nehmen. Was viele vielleicht nicht wissen und an der Stelle nochmal ganz notwendig ist, das Eiweißpulver wird über die Niere abgebaut und dabei kann Harnsäure entstehen und durch die Emulgierung, um das Eiweiß zu verstoffwechseln, können schneller Nieren- und auch Gallensteine entstehen, weil ja auch Gallensäure verwendet wird. Das heißt, es gibt immer wieder Patienten, die durch die Einnahme von Eiweißshakes schneller mehr Gallensteine oder auch mehr Nierensteine bekommen. Das liegt einfach daran, dass es einfach ein künstliches, hergestelltes Eiweiß ist, also sozusagen verarbeitetes Eiweiß und dadurch einfach schneller diese Nieren- und Gallensteine entstehen können. Also schaut, wenn ihr losgeht im Handel-Thema Eiweißshake, Eiweißshake-Pulver, in der Regel mindestens 80 bis 100 Prozent Eiweiß auf 100 Gramm. Wer all diese Eiweißshakes nicht nutzen will, kann natürlich auch selbstgemachte Eiweißshakes verwenden. Das ist ja relativ einfach. Man kann das zügig schnell mit Naturprodukten, also Natur- und Milchprodukten machen. Es geht natürlich auch mit Ersatzprodukten. Wer also Milchprodukte nicht möchte, kann natürlich, wer es geschmacklich mag oder nutzen will, Sojaprodukte verwenden. Das heißt, die Eiweiß-Querli, die wir in der Regel erstmal in den Milchprodukten haben, wäre ja bei den Milchprodukten Quark oder Joghurt, die Eiweiß enthalten. Die kann ich dann mit ein bisschen Flüssigkeit vermischen. Ich kann natürlich auch einen Anteil Buttermilch, Molke oder Kefir verwenden. Wasser oder die klassische Kuhmilch, wer möchte. Die Flüssigkeit kann natürlich auch Haferdrinkt, Mandeldrinkt oder ähnliches sein, wobei die Eiweißquelle eher vom Tier, also in den tierischen Produkten enthalten ist. Wenn ich diese Geschmacksrichtung halb Quark, halb Joghurt vermengt habe, gibt es die Möglichkeit, eine Geschmacksrichtung reinzumachen. Das wäre ja zum Beispiel, wenn es süß sein soll, Obst. Also ich könnte es einfach mitpürieren und dann zur Konsistenz als Shake nehmen. Wer ein bisschen Saft nutzen möchte, weil es mal schnell gehen soll, sollte 100% Saft nutzen. Dann geht natürlich auch Marmelade als Geschmack oder Konfitüre oder Honig. Wer den Schokoladengeschmack haben will, kann hier zum Beispiel Backkaukau nehmen. Dann würde ich sozusagen erst die Milch etwas aufkochen mit dem Backkaukau. Wenn es schnell gehen soll und es nicht unbedingt zu viel Kaukaupulver ist, dann geht natürlich auch das Lösliche. Dort sind in der Regel 90% Traubenzucker enthalten. Deswegen wurde ja immer diskutiert, ob dieses Kaukaupulver überhaupt gut oder nicht gut ist. Ich denke immer, es ist die Menge entscheidend. Und manchmal brauche ich es für den Geschmack, damit ich eben das Eiweiß überhaupt auch essen kann. Dann könnt ihr natürlich gerne Vanille, Vanillearoma nutzen, Vanilleschote. Wer in Bezug der Kosten ein bisschen weniger nehmen möchte, kann natürlich auch Vanillezucker verwenden. Was auch immer gut geht, ist ein Vanillepudding zu kochen, also selbst zu kochen und ihn dann einfach mit Quarkjoghurt, wenn er leicht abgekühlt ist, zu vermischen. Und wer ihn dann sozusagen abkühlen lässt und ein bisschen dünnflüssiger macht, hat eben auch den Vanillepudding oder Schokopudding als Shake-Geschmack. Kokosnuss ist noch eine Variante. Die Abwandlung der Milchprodukte würde natürlich auch mit diesem körnigen Frischkäse oder klassischem Frischkäse gehen. Das kann natürlich gerne verwendet werden. Für die pikante Variante könnt ihr gerne Kräuter nehmen, Zwiebeln nehmen, Gemüse nehmen. Also Salatgurke zum Beispiel habe ich viele Patienten, die das nutzen. Es gehen natürlich jegliche Gewürze. Ich habe Patienten, die nutzen das mit Currypulver, mit Knoblauch, mit Ingwer. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, was für euch als pikante Variante überhaupt geschmacklich passen würde. Bei den Eiweißshakes ist es so, dass ihr, wenn ihr von einem Trinkbecher ausgeht, zum Beispiel einen Trinkbecher voll, in der Regel 250 Gramm, mit einem Trinkbecher Quark und einen Trinkbecher voll Naturjoghurt mischen könnt, dann müsstet ihr noch mindestens einen Trinkbecher Flüssigkeit dazu geben. Da könnt ihr ein bisschen variieren, weil die Frage ist, wie stark die Konsistenz sein soll für euch. Das heißt, wenn das alles einmal gemixt wird, plus die Geschmacksrichtung dazu, dann ist noch wichtig, dass am Ende noch ein Esslöffel Speiseöl dazu kommt, weil wir das Speiseöl brauchen, um Körperfett abzubauen. Für die, die abnehmen wollen, für die, die zunehmen wollen, brauchen wir auch die, das gilt natürlich am Ende auch für alle, die abnehmen möchten, die wichtigen fettlöslichen Vitamine, die im Speiseöl drin sind. Und es ist so, dass diese Shake-Geschichte einfach auch etwas cremiger wird durch einen Schuss Speiseöl. Die wichtigen Vitamine A, D, E und K, die fettlöslichen, liefern wir damit natürlich auch. Wer geschmacklich Lust hat, kann natürlich mit Haferflocken das Ganze oder auch Basismüsli anreichern. Wenn ihr den allerdings länger im Shake habt, wird der ja ein bisschen, ja wie soll ich die sagen, bekommt eine andere Konsistenz. Diese Konsistenz mag nicht jeder, von daher müsst ihr so ein bisschen gucken, ob ihr da gerne Haferflocken oder Müsli oder sowas reinmachen möchtet, weil das ja ein bisschen Feuchtigkeit zieht und die Struktur auch häufig etwas fester macht. Die Shake-Geschichten, egal ob Pulver oder selbstgemacht, die können natürlich auch kombiniert werden. Ihr könnt also auch einen Löffel Eiweißpulver nehmen und baut dort sozusagen den Anteil mit Quark und Joghurt zusammen. Also mixt es zusammen, wollte ich sagen. Das wäre ja nicht im Baukasten. Ja, so ist die Welt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also Quark-Joghurt mischen und wer will, kann da den Löffel Eiweißpulver unterrühren. Wenn ihr solche Shakes herstellt, hat es sich bewährt, um sie cremig zu bekommen. Egal, ob es Pulver ist oder ob ihr es mixt oder ob ihr nur Lebensmittel nutzt, die mit einem Pürierstab oder mit einem Mixer zu mixen, weil sie einfach schön cremig werden. Bei den Pulvershakes ist es natürlich immer beim Mixen etwas einfacher, weil die Konsistenz cremig wird dadurch. Und wenn man da zum Beispiel ein bisschen Joghurt oder Quark zumixt, dann wird das richtig lecker. Also, wer von euch Lust hat, probiert die Albershakes gerne aus. Ich hoffe, euch ein bisschen geholfen zu haben. Entschuldigung irgendwie mit meinen kleinen, ja, weiß ich auch nicht, Versprechern hier heute, aber das ist ja die Welt. Wollen wir so bleiben, wie wir sind. Ich danke euch erst nochmal, dass ihr zugehört habt. Schaut und hört einfach mal in die anderen Podcasts rein oder schaut euch die Videos an oder geht einfach mal in den Rosefrühlich Shop und guckt, was ihr da vielleicht für euch Spannendes findet. Ansonsten sehe ich vielleicht den einen oder anderen in meiner Praxis oder per Video in der Sprechstunde, die wir ja mit den Krankenkassen abrechnen und ihr auch nichts dazu bezahlen müsst. Also, wer Lust von euch hat, meldet euch gerne. Wer einfach zugehört hat, sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt einfach. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.